Hallo und herzlich willkommen zurück zum Modern Warfare 3 Multiplayer. Es ist 18 Uhr. Ihr habt wieder eingeschaltet zum ersten deutschen Fernsehen mit der Tagesschau. Ich bin euer Wolle. Holly ist auch wieder mit dabei. Jo. Jo. Tagesschau kommt um 8. Ist mir egal. Meine Tagesschau auf MaxiTV kommt um 18 Uhr. So. Noch nicht C einnehmen. Ich komme, ich komme, ich komme. Lass mir auch Punkte. Danke. Guck mal, jetzt renne ich hier mit meiner goldenen MP7 rum. Weißt du wieso? Weil ich es kann. Ne, 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 ne. Lol. Alter, habe ich mich erschrocken? Auf einmal sitzt der da vor mir. Ey, sag mal. Sonst geht's nochmal. Nehm ich zu gut. Puh, geht's hier? Ja, pfiff dir mal. Alter, wie er nicht stirbt. Oh, da hinten. Auf dem Turm sitzt ein, 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 ein Sniper. Jetzt nicht mehr. Den hat schon jemand gekillt, anscheinend. Achtung, B. Hinter euch. Hey, warum spawne ich denn bei C? Hab den. Ja, egal. Komm, danke. B und C halten und gut ist. Achtung, hinter uns, hinter uns. Ja, ja. Ach, warum sterb eigentlich ich immer? Weiß nicht. Das nennt sich Time-Luck. Ja, ein Assi. Predator. Yeah, gleich weiß ich, wie viele weggehauen, ey. Blöder Mongo, ey. Das ist von der C. Ja, fliegt erstmal alles um mich herum in die Luft. Ja, so haben wir das doch gern. Nein. Oh Mann, warum? Ich bin an diesem Scheißtisch hängen geblieben, ey. Ja, wegen dieser Scheiß-Granate, ey. Oh, da war noch einer. Oh, oh, jetzt verlieren wir B. Weil keiner diesen blöden Heli abknallt. Irgendwie verschießt er auch nicht. Ah, nicht die... Klasse genommen. Hä? Ich hab die falsche Klasse genommen. Jetzt haben die auch noch AC-130. Ja, das ist dieser... Luffy. Mann, fick dich doch. Ach. Das tun wir... 1830. Das tun wir gar nicht. Ja, aha. Komm schon. Aha. Da ist noch einer. Holly, 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 Holly. Hinter dir. Scheiße. Flash. Oh, Sticky. Gemessert. Och man, ich hasse immer diese Gang-Camper. Okay, ich mach das auch immer, aber trotzdem. Nur ich darf das. Fick dich. Alter, von zwei Seiten. Von hinter mir und von vor mir. Ist doch nicht normal, find ich doch. Oh, ein B. Ich kann los rasten, ey. Ja, B lässt sich so schön verteidigen, ey. Was außerdem. Och man, ich bleib hier immer hängen. Neun, neunzehn. Alter, lol. Was ist denn los hier mit mir? Ja, scheiße. Vier. Halt dich nicht kaputt machen. Genau. Aha. Oh, da haben wir ziemlich viel bei, oh. Das bringt uns B, wenn wir nichts anderes haben. Was ist denn, Spaß an der Freude? Alter. Alpha wird gesichert. Alle Positionen abgerichtet. Ja, der schießt hier durch die Wände, ist klar. Hm. Leil. Fick dich doch. Gemessert. Ich mach mal Licht an. Alter, warum er nicht stirbt, ey. Ich verrapiere es einfach nicht. Ha. Was war das? Ja. Ich hab das. So, ich lasse jetzt mal eine Pratt. Oh, Mann. Gewischt. Von hinter mir. Toll, eine Drohne. Da habe ich mal Vorräte und was kriege ich? Eine Drohne. Ich habe dir einen Arsch gerettet, würde ich mal sagen. Danke. Ich sehe nichts, aber ich weiß, da ist einer. Lecko mio, Alter. Schauen wir gerade meine KD. Nur um zu gewinnen. Ja, die, denen fällt was ein, was? Wir haben den Eifel verloren. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Feindliche Brüder von der Drohne kommen. Alle entwackelt hier. Och, Mann. Der eine rennt weg, der andere kommt hin. Ist doch zu Katzen. Ja, die haben wir B. Na toll. Bezweiflich. Hä, jetzt regt Luffy sich aus, weil ich ihn immer mit der MP7 gekillt habe. Maha. Guckt dir mal den letzten Kill an. Wenn wir... Ja, wird mein, mein, wird mein Kill sein in der Cam. Yeah, ich hab's drauf. Guck mal. Tuck, tuck, tuck. Hehehe. Trotzdem nur 25, 31. Oh, ey. Dann war das besser. Dann... Mission ist eine coole Map. Mission nehmen wir. Mission nehmen wir. War Ronny jetzt eigentlich mal wieder da? Ne. Ne. Was ich wüsste. Toll. Ich bin schon gespannt auf die Gamescom. Wird bestimmt lustig. Mal gucken. Ich mein, die ganzen Spiele und so, das interessiert mich eigentlich gar nicht, wirklich. Nein? Ne. Nur so bestimmte Sachen eigentlich so, aber so sehr, sehr größt. Das Gesamtspektrum ist mir eigentlich relativ Wurst. Mir geht's darum, äh, meinen Horizont zu erweitern, Leute kennenzulernen, etc., weißt du? Werbung zu machen. Werbung auf jeden Fall. Werbung. Ich mein, ey, ich hab 105 Abonnenten. Und ich hab das Gefühl, weil, äh, ich hatte einen, einen Bekannten, sag ich mal, der mir das vorherige Design gemacht hat, darum gebeten gehabt, ob er nicht mal, äh, gucken kann, dass er irgendwie so ein Infovideo macht oder Werbung oder keine Ahnung, oder? Und ich hatte einen Tag später 20 Abonnenten mehr, ja? Ich glaub, er hat das mit so einem Bot-Dingsbumster gemacht, wett'n? Mhm. Weil er ist Russe, ja, das sagt schon alles. Ja, also, hör mal so. Und ich wette, er hat so einen Bot, äh, es gibt ja für YouTube so einen komischen Bot-Abonnenten oder so. Obwohl die völlig sinnlos sind, weil die weder deine Videos anklicken, noch sonst irgendwas machen, weißt du? Mhm. Voll hirnrissig. Aber okay. Worauf stehst du denn? Da ist, doch, da. Doch, da ist einer. Hab ihn. Wo bist du denn? Hat er dich gekriegt? Ja, ja. Okay. Ich hab dich dann halt gericht. Danke. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Der traut sich jetzt nicht mehr da hin. Ist ja langweilig. Daneben. Nein, meine eigene Klee hat mich gekillt. Nachdem ich den Typen gemessert habe. Scheiße. Nein, Mann ey, warum treffe ich denn nicht? Dann bin ich soll. Oder will. Oder wie auch immer. Ist ja langweilig. Ja. Nein. Hm. Meinst du nicht? Aua. Oh, Mann. Hab ihn. Aber wie kann der mich denn mit zwei, drei Schüsse töten? Ach, lol. Zu hoch geguckt. Verretter. Hä? Ja, aber nicht zu mir zum Glück. Feindliche Aufklärungsdrohne identifiziert. Aufklärungsdrohne online. Achtung, feindliche Vorräte. Feindlicher Heim im Anschlug. Oh, fick dich. Bravo wird gesichert. Achtung, einer kommt von hinten zu A. Erstmal den Heim wegmachen. Ey, das gibt's doch nicht. Heckenpenner? Lol, was für ein Name. Ey, ich treff den nicht. Da geh ich nicht mehr lang. Nö, ich streike. Bravo, gesichert. Och, Mann. Wir verlieren B. Und wir verlieren A. Oloh, nicht. Charlie wird gesichert. Bravo wird gesichert. Charlie ist gesichert. Bravo, gesichert. Danke. Kein Ding. Ich hab die gerade sowieso durch Zufall von irgendjemand aufgehoben. Mann, von allen Seiten. Leck mich. Gibt's nicht. Kann doch nicht sein. Wie kann er denn hinter mir kommen? Da war doch eben noch mein Team. Fick dich, so. Alter, was machst du denn nun, Bongo? Warum schießt du auf mich? Vermesserte Aufklärungsdrohne online. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Alter, kann doch nicht sein. Ey, wir haben jetzt nicht einen einzigen Punkt. Aufklärungsdrohne online. David, gesichert. Vorsicht! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichert. Verbindete ERP. Ihre Erdung. Bravo wird gesichert. Es wird gesichert. Deckung geben. Lade nach! Links. 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 Videos. Ah, schon wieder. Warum drücken? Wir drücken hier und stellen mich ständig was bei mir ab. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Missles. Wisst ihr? Sorry. Busst, jetzt. Press. Hu. nix da ja ist klar kommt mit der MSR um die Ecke ja und no scope gibt er mir richtige Packung ich seh nichts endlich Tarnluftschlag so hat keiner ne 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 Dings ich kann durch meinen eigenen Stealth Bomber sterben natürlich seit wann das denn immer so echt Hardcore kannst du ja auch deine eigenen Leute damit töten ja das weiß ich naja beziehungsweise der Schaden fällt kommt auf mich zurück zwei Kills noch dann hab ich Abwurf Escort Hör Vorsicht feindliche Aufklärungsdrohne Gesichter wir verlieren Z Wett Abwurf Escorte ist unterwegs ich komm mal mit zu B da ist meine Abwurf Escorte ich komm bei B ich weiß so gefällt mir das schon besser und ich hab den letzten Kill gemacht aber auf der falschen Seite und jetzt fliegt grad mein mein Flugzeug drüber 4426 hast du nice one nicht schlecht nicht schlecht so das war's auch schon wieder für heute wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss